Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Trading-Tipp, dem letzten in dieser Handelswoche. Und wir haben uns heute hochtief herausgesucht. Die Aktie ist in gewisser Art und Weise ein Phänomen. Die Baubranche ächzt unter der hohen Inflation, Fachkräftemangel und hochtief steigt und steigt und macht jetzt ein neues Jahreshoch mit 102,10 Euro. Man muss aber auch dazu sagen, die Q3-Zahlen waren sehr gut. Man hat den Gewinn deutlich gesteigert, hat die Gewinnziele für 2023 bestätigt. Gerade in den Bereichen Hightech-Infrastruktur, Energiewende und Digitalisierung ist man sehr gut positioniert, hat einen sehr guten Auftragsbestand. Ja, und offensichtlich ist das für die Anleger Grund genug, hier weiter einzusteigen. Wir haben mal den Fünfjahreschart auch mitgebracht, um zu sehen, wo sind denn die nächsten Ziele. Und da sind wir dann gleich hier im Bereich 120 Euro. Das ist so das Ziel für die nächsten zwei, drei Monate, sage ich mal. Natürlich auch auf Tagessicht, nachdem wir jetzt hier dieses Kaufsignal haben, sind so zwischen 105 und 110 auf Sicht der nächsten Tage möglich. Wie gesagt, zwei, drei Monate, denke ich mal, sind da auch 120 Euro möglich. Und weiter hinten, ja, hier dieses Hoch, das liegt bei etwa 142 Euro. Und aufgrund der positiven Aussichten haben wir uns für ein Faktor-Long-Zertifikat entschieden. Unseres Partners Morgan Stanley, die MC7-36L, aktueller Kurs 10,15 Euro, Faktor 3 Stoppkurs bei 9 Euro. Gestern war es die Deutsche Bank, die steuert auf die 11-Euro-Marke zu. Wir haben hier dieses Zwischenhoch überwunden, mit der langen grünen Kerze in dieser Woche ein Kaufsignal generiert. Jetzt kommt es darauf an, da nachzuziehen. Und der Schein, der müsste leicht positiv angelaufen sein. Jawohl, noch nicht dramatisch, aber die Banken bewegen sich ja auch nicht immer ganz so volatil. Wobei in der letzten Zeit immer mal wieder Tagesschwankungen von 5% auch dabei waren. Da muss man schon ein bisschen Obacht geben. Das war es schon wieder von meiner Seite für diese Woche. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Und am Montag starten wir wieder durch mit den nächsten Trading-Tipps. Bis dahin, alles Gute.